Ja Leute, kurzes Vorwurf von mir und Felix. In diesem Video macht bitte den Lautstärkeregler nicht zu hoch, weil es könnte schon Aids werden, wenn man Felix doppelt hört. Es wird nämlich ziemlich laut. Gell Felix? Ja, nee, ich hab halt einfach kein Headset im Krankenhaus und deshalb müsste ich ein bisschen entschuldigen. Dafür geht nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung dafür und dafür jetzt ab mit dem Video. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin im Krankenhaus und darf nicht so laut sein, aber der Noah nimmt jetzt einfach mal für mich auf und der ist halt auch dabei und hat mich angerufen und ich hab gesagt, red mal über Skype mit im Krankenhaus. Oder gönne ich mir jetzt erstmal sein Gameplay auf Skype über BÜ und red einfach mal ein bisschen mit euch und er auch. Chillt auf jeden Fall. Moin. Moin. Ach, krieg ich direkt wieder ein Sandwich. Baller ihn kurz, das ist easy. Alter, ich hab schon wieder diese scheiß DPI-Sparks. Ist das oder was? Nö. Schade. Aber ich kenne ja ein Beta-Baus-Sound. Ja, Leute. Und ich bin ja im Krankenhaus, wurde gestern operiert und ich hab schon mehr Arzen. Nein, Spaß. Doch, hab ich aber. Muss ich so halt. Und dann mussten wir gestern Nacht der OP nach dreieinhalb Stunden oder so im Aufwachraum warten, weil der Fahrstuhl kaputt war. Und ich konnte einfach, muss einfach die ganze Zeit da warten, bis ich auf mein Zimmer kann. Und auf meinem Zimmer bin ich alleine. Ich hab ein Einzelzimmer, weil ich bei der letzten OP im anderen Krankenhaus war und ich angeblich so ein Virus haben könnte, der muss sich halt so isoliert werden von den anderen. Das ist richtig nervig, weil es übelst langweilig ist hier alleine so. Aber jetzt hat Noah mich einfach angerufen. Weißt du, was lustig war? Nein. Du hast mich ja eben angerufen, ne? Ich meine, dieser Account war noch gesperrt auf der Skype-Account. Ich mache das gerade, dass das wieder geht, der Account, ne? Ich habe ihn freigeschaltet, du rufst an. Ja. Genau auf dem Punkt rufst du an, wo der Account wieder freigeschaltet ist. Ist doch geil. Ja, richtiges Timing, ne? So, Noah macht hier nämlich für mich das Cast-Up-Load richtig korrekt von ihm. Alle mal abonnieren. Ich habe schon wieder die 27 Abus, ne? Boah, nice. Krass, ne? Ja, ich meine jetzt eher mich, aber... Ich weiß, aber... Mein Kill! Boah, easy und abgestorben. Wobei... Stoppt so wie immer ab, ey. Halt's mal. Hä, wie ist der Lila denn bitte hierher gekommen? Oh. Ach's. Er ist geflogen. Leute, was kann man in die Kommentare schreiben? Hashtag gute Besserung. Lagerbräunig. Spaß. Wird schon. Ich bin ja nur so wie ein Krüppel im Krankenhaus, ne? Ja, boah. Ja, Gigi. Ja, moin. Du brauchst dann noch eine Runde, ne? Ja, du brauchst dann noch eine Runde, ne? Oder willst du noch eine zweite Runde machen? Ah, ich kann noch eine zweite Runde dranhängen. Ja, sehen wir uns gleich, ne? Jo, Leute, sind wir in der zweiten Runde? Nö, ich nicht, aber nur. Oh, noin. Keine Ahnung. Vielleicht kommt gleich... Vielleicht kommt gleich die Krankenschwester rein. Trinkt meine Tabletten. Aber schon lustig. Nein. Ich hoffe mal nicht. Doch, Leute, wir hoffen alle. Hoffen alle, wahrscheinlich. Das lade ich bei beiden hoch, gell? Ja, mach mal. Mach ich mal. Und Leute, die es noch nicht wissen, am 19. auf den 20. Sonntag auf Sonntag... Das streamen wir beide, aber erst 24 Stunden und ich weiß noch nicht, wie lange ich Zeit aufstelle. Weil ich muss wieder in die Schule. Hä? Aber Samstag auf Sonntag? Ja, Schul-Sachen. Ja, das ist doch erste Woche, da habt ihr doch noch nix. Na, ich muss morgen schon in die Schule, ne? Echt? Morgen? Ja. Was? Ich dachte so in zwei, drei Wochen. Boah, ich habe jetzt voll Schiss, dass man mich irgendwie im Hintergrund doppelt hört, weil... Ich höre mich auch gerade doppelt, immer. Dann ist es egal. Lug dir ja nicht. Oh, woher hab ich gebrüllen lassen. Ich höre mich einfach immer doppelt. Warte, fuck. Ja, keine Ahnung. Ich habe kein Headset oder Kopfhörer auf. Ist ja dumm oder so. So, wahrscheinlich deswegen. Ja. Er schreibt krass, obwohl ich eigentlich... Ja. Soll ich dir schnell ein paar Kopfhörer zuschicken? Ja, mach mal. Ne, ich habe welche, aber ich habe Kumpel. Lappen. Oh, du bist in Lappen. Ja, ich habe, ich habe mich gechillt. Badfucker. Legende. Hey, Legende. Lebende Legende, Alter. So macht man's. Oh, shit. Ups. Dankeschön. Ich hab dir nachher noch mal ein kaltes Kühlpack. Ja. Bring ich dir da noch mal mit, ne? Okay. Jawoll. Jawoll. Erst mal die Krankenschwester drin. Ich hab dich mal leise gemacht. Noah? Ja. Ach so, ja moin. Ja, moin. Das war mal wieder ein krasses... Ja, moin. Das war mal wieder ein krasses... Da kam das mal die Krankenschwester. Ja, moin. Titel is safe. Hä? Hm. Krankenschwester in Laufnahme, jung. Ausgübe sind das... Nein, ey, das ist doch scheiße mit diesem DPI-Spachs, junger. Ist mir jetzt egal, ob ich die Runde-Verlierer gewinne, ne? Ja, mir auch. Wir können doch nur die eine Runde nehmen, also. Nö, nö, wir nehmen beide. Er hat kommen. Sonst haben wir keinen Titel. Scheiße gelaufen. Ja, moin. Egal. Nehmen wir die Runde auch. Du. Ja, Leute, dann, würde ich sagen, bleibt da bei uns beiden so schön. Das laden wir bei beiden hoch, würde ich sagen, oder? Ja. Und abonniert den lieben Felix. Jo. Und abonniert den Noah. Ja, gut, ich gehe noch eine Runde. Kann man auch natürlich machen. Ja. Ja. Okay, ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal.